Pag Plutart, der Ende der 60. Kapital-Kass der Dursula Biondi, der sie sehr niederzüttet hat, die Exposition. Wenn sie sich nicht in Spraunze sind, ist, wie in Oren, in Nubila, inakzeptabel von dieser Gehälder. Die Schöpfle-Nieder sind in der Präschung der Donner zur Händelbank in Berne. Sie sind in der Zeit, dass sie nur die Naseinheit sind. Begratia Gronda Fortuna sind in der Chaunitz reuniert im Peremnes Plutart. Ursula Biondi ist engagata firm per Cella Politica, zeschüse per la Prümeada pro totles Victimes per quai ci discapita. Ich muss sagen, die Entschuldigung ist für mich lebenswichtig gewesen. Und ich bin froh, habe ich das durchgestanden, für abertausende von administrativ versorgten Menschen, die so viel Unrecht angetan haben. Man hat die buchstäblich seelisch geschlissen.